Hallo zusammen, es ist wie ja soweit. Diagramma 2018 öffnet Ihre Tore. Wir sind für Sie vor Ort und zeigen Ihnen einige Highlights und Neuheiten dieser Messe. Der Landfreund ist die stärkste Zeitschrift, Fachzeitschrift in der Schweiz im Moment mit 11.000 Abonnenten und wir sind hier an der Messe an vier Ständen. Wir haben hier den Hauptstand Halle 3.1 mit einem speziellen Angebot von Zeitschriften und gleichzeitig haben wir hier auch noch den Messe-Shop, wo wir die Merchandising-Artikel vom Verlag, auch vom Profi, Topogra anbieten. Unser Highlight auf dem Lindnerstand ist der Lindtrak 110, der ein Standardtraktor, stufenlos Getriebe, der umgerüstet wurde auf ein Raupenfahrwerk. Der Vorteil vom Raupenfahrwerk ist, dass der Landwirt, der in den Sommer normal als Traktor einsetzen kann, im Winter die Aufgaben vom Pistendienst übernehmen kann. Das heisst, er kann Langlaufläuten pflegen, Schlittpisten pflegen oder Winterwanderwege bereitstellen. Das war eine Idee, die ich schon länger habe. Wir haben einmal eine Maschine gebaut mit Dresden zusammen, von acht Jahren. Aber da war die Zeit noch nicht reif. Und jetzt denke ich, durch die Diesel-Krise und alles, dass man da die Zeit reif geworden ist und darum haben wir das Leben berufen. Die Maschine hat jetzt 50 Kilowatt rein elektrisch und als Kompaktmaschine mal gedacht, vor allem auch für die Kommunen, für die Städte und Gemeinden, gleichzeitig auch in der Landwirtschaft. Wir haben viele Bio-Betriebe, viele Bauern, die einen Sonnen-Kollektor haben. Und das ist natürlich hier ein Wunsch, mal einen Schlepper, wo man nicht das Dieselgewinn nach Arabien schicken muss, dass das Geld in Europa bleibt und dass die Energie vom Dach kommt. Und das ist auch die Zukunft. Wir stellen hier das erste Mal den Reform-Metron P48RC vor in der Schweiz. Es ist ein Hybrid-Geräteträger. Das heisst, wir haben hier eine elektrische Antriebe für Räder, für die Anbaugeräte, für die Zappwelle und für die Hubwerke, die aber zusätzlich noch über einen Benzinmotor verfügen. Das heisst, wir können batterieelektrisch fahren, aber genauso auch mit einem Verbrennungsmotor. Genau so. Also da haben wir eine Sämaschine, teilspezifische Sämaschine, die wir entwickelt haben mit InuSwiss, Agroscope und der Firma Chromenacher zusammen. Vorwiegend hat man mal im Sinn, übersaaten zu machen bei Weiden, die sehr schlecht sind. Und man hat dort die Möglichkeit, dass man früher genau säen kann, weil man halt nur dort die Sämaschine braucht, die effektiv schlechte Stellen sind. Und dadurch kann man teilweise bis zu 70 Prozent Sämaschine sparen. Und das wäre mal das erste Ziel, das wir hier gehen möchten. Wir haben eine neue Komplettlösung im Angebot, Michelin Sen a Terra. Sen steht für Sorglosigkeit, man muss nicht mehr darüber nachdenken und Terra für den Bodenschutz. Und das ganze System besteht aus dem Michelin Evo-Bip Reifen, der sich für die Straßenfahrt und für den Feldeinsatz anpassen lässt mit einer Reifendruckregelanlage von PTG. Dazu gehört Software und ein Kundenservice. Das ganze lässt sich per Isobus mit dem Traktor verbinden und der Landwirt kann in Nullkommanichts während der Fahrt seinen Reifendruck für die jeweilige Anwendung anpassen.